Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily Ducks, heute am Montag, dem 12. Juli 2022. Das heutige Endergebnis zunächst einmal für den Light Index am Plus von 0,57% oder umgerechnet 73 Punkt. Demnach ein guter Wochenstart, denn man sah auch heute zwischenzeitlich wirklich Schwäche aufkommen und das Bild drohte schon wirklich zu kippen. Denn der Light Index fiel im Tagestief auf 12.655 Punkte zurück, also war auch schon deutlich in der Verlustzone angekommen und kämpfte sich eben zurück. Demnach passend zum heutigen Dienstag der Turnaround Tuesday im positiven Sinne, sprich die Bullen sind hier wirklich gut davongekommen. Damit haben wir auch ein weiteres mögliches Konsolidierungstief, nämlich mit dem heutigen Tagestief, welches erst einmal als wichtige Unterstützung fungiert, bricht. 12.650 werden wir wohl auch nochmals in Richtung 12.450 tendieren. Kann man 12.650 halten, dürfte der Light Index vermutlich nochmals Richtung 13.000, 13.050 Punkte ansteigen. So viel zunächst einmal zu den kurzfristigen Marken, denn man muss nun genau abwarten, in welche Richtung sich eben die derzeitige Bewegung nun auflöst. Wie gesagt, mit dem heutigen Reversal haben die Bullen zumindest eine gute Chance, aber natürlich muss die Wall Street hier als wichtiger Impulsgeber auch in dieser Woche mitspielen. Dann noch ein Blick auf die Aktie des Tages, in diesem Fall Daimler Truck Holding, heutiges Kursplus 1,89%. Also durchaus auch nochmals ein Stückchen besser als der deutsche Aktienstext selbst. Und wir sehen hier, dass rückblickend eben eine wichtige horizontale Unterstützung bei ca. 23 Euro. Sie wurde mal ganz kurz unterschritten, aber auch schnell wieder zurückerobert. Und das ist eben auch von großer Relevanz zunächst einmal hier, dass eben hier eine mögliche technische Erholung nun in die Wege geleitet wird. Diese ist und bleibt auch möglich oberhalb der Marke von 23 Euro. Dann noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Abschluss, und zwar morgen früh gibt es eben meine neue Trading-Idee der Woche. Und zwar mit Hinblick auf die amerikanische Wall Street. Also schalten Sie unbedingt morgen früh ein, um nicht meine Trading-Idee der Woche zu verpassen. In diesem Sinne einen schönen Abend nun und bis morgen.